Hallo, ein kleines Infovideo für euch. Ja, für die wenigen, die noch da sind. Ich habe jetzt eine ganz große Pause eingelegt, wie die meisten gemerkt haben. Über einen Monat. Habe mich da auch wirklich nicht wirklich gemeldet. Tut mir leid deswegen, aber ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll mit Let's Plays und so weiter. Habe dafür mal eine längere Auszeit gebraucht und habe deswegen jetzt auch meinen Weg, möchte ich jetzt ein bisschen ändern ins Positive. Und zwar werde ich das jetzt so alles geregelt machen, ein bisschen organisieren alles. Es wird jetzt immer so sein, dass zwei Spiele laufen werden. Am einen Tag kommen immer zwei Parts von den einen und am anderen Tag zwei Parts von den anderen und das ist immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Und Sonntag wird immer Ruhetag sein, da wird kein Part von mir kommen, damit ich mal dort ein bisschen chillen kann und mal Abstand nehmen kann, immer ein Tag. Und es wird immer ein Spiel sein, was etwas älter ist, was ich auf jeden Fall noch spielen möchte, von meiner Kindheit noch oder irgendwas. Und das andere wird ein etwas Neueres sein, zum Beispiel Crysis 3 oder Assassin's Creed 3 und Battlefield 3. Was fällt mir noch mit der 3 ein? Tomb Raider 3, nein. Ähm, gut, das wollte ich euch nur sagen, ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen, was fällt mir noch auf? Ähm, unten verlinke ich wieder meine Facebook-Seite, ähm, ich, nur wenn ihr wirklich, ich sag nie, ich werde nie zu euch sagen, Liked mein Video, läuft mein Facebook. Nein, ihr könnt es immer selber entscheiden und das soll auch so bleiben, ähm, wenn ihr immer Informationen haben wollt, wenn irgendwas ist, ich bin tot, krank oder weiter, dann wird das bei Facebook stehen. Gut, ähm, jetzt gibt es noch andere Probleme, ab jetzt, für die, die jetzt erst neu da sind, könnt ihr eigentlich zumachen, aber für die, die Dead Space zum Beispiel geschaut haben, euch muss ich noch was sagen. Ich habe mein PC neu aufsetzen müssen, weil mein PC nicht mehr funktioniert hat und deswegen ist Dead Space weg, Spielstand und von den anderen Spielen, die auch noch liefen, auch. Deswegen werde ich diese Spieler, Dead Space, ähm, 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 Donkey Kong auf Eis legen, bis ich bis dort wieder gespielt habe und werde diese Projekte wieder aufnehmen, das werde ich auf jeden Fall machen, äh, bin aber gerade wirklich zu demotiviert, da nochmal alleine hinzuspielen, ohne aufzunehmen. Gut, was noch? Äh, die nächsten Spiele werden Grandia sein, das alte Spiel Grandia. Und das neueste, äh, also wieder neuere Spiel, es war nicht so neu, aber trotzdem, Metro 2033. Gut. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nee. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet einen schönen Tag, ich hatte auch einen schönen Tag, muss jetzt gleich zum Bahnhof und heute Abend werden, soweit ich es schaffe, die ersten zwei Parts kommen. Kann sein, dass irgendwelche Probleme wieder kommen, wenn ja, dann fängt es morgen an. Dann hoffe ich, dass es jetzt hier so weitergeht und ich wünsche euch alle was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.